So, willkommen zurück. Also jetzt wirklich Schluss mit Lustig hier. Wie können die so ein scheiß Level programmieren? He! Woah. He! So, komm her, du Sau. Ja, natürlich. Triff mich, du blödes Auge, ne? Ja, komm doch noch näher! Lass mich raten, diese Dinger können einen auch Instant Death machen, oder? So. So, jetzt löck ich jetzt mal das Auge her. Woah. So, Heal. So, Safe State, Arschdelikt. Denn wir werden doch ein bisschen vorankommen hier. Hä? Nochmal. Was war das? Ach nee, dann lann ich doch sowieso wieder anfangen. Ja, meine Fresse! Ja, natürlich, selbst wenn ich mich duckelt, kann ich das nicht ausweichen, ja. 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 So. Boah. Ne, 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 das ist der Deutsch, den will ich nicht. Woah. Woah. Was war das? Woah. Ja, natürlich, ey. Vorhör. Ja. 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 Ja, ja. 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 Na, den kann ich ja noch so erledigen, ne? Ha! Aber das hat leider nichts gebracht. Na, da kommt es so herunter, ich habe es gesehen. Cool, heal. Oh Gott. Ah, jetzt ist da der Boomerang getroppt. Und wieso hat es mir jetzt schon wieder so viel Energie abgezogen? Okay, Block 82. Achso, es ist hier drunter. Ja, da kommen dann gleich halt ein Leben fallen. War mein Fehler. Warum können die nur bescheuerte Levits programmieren? Ah ja, genau, dieses Teil hat mich ermordet. Was? Das gibt es doch nicht. Ach, jetzt habe ich doch wieder ein Save-Step benutzt. Na toll. Oh Mann, ey. Ja, so dieses Spiel. Nee. Ich kann nur im Sprung nach unten schlagen. Ja, jung. Warte mal, ich kann auch hier, ne? Ja. Oh Gott. Also dürfte ich ja normalerweise durchkommen. Nee. Doch, ich komme da durch. Warte mal. Was ist das denn? Ich bin unsichtbar. Warte mal. Haben. Ach, die Säure, die zieht mir auch Energie ab. Alles klar. Oh. Natürlich, ey. Ich darf hier starten. Nee. 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 Blue. Martin. đâu. Ja du, dich habe ich beinahe nicht gesehen. Ja, das war so klar, dass du genau auf mich hier... Oh Gott. Ich glaube, ich muss mich fallen lassen, ne? Dann machen wir das doch einfach. Oh nein, jetzt habe ich den Deutsch bekommen, ist doch ein Scheiß. Meine Fresse! Du gehst jetzt da um. Oh mein Gott. Die machen mich auch instant tot, ja klasse. Ja klasse, ey. Mann. 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 Was war das denn? Ach du Scheiße. Ja, natürlich, ey! Was ist denn das für ein Scheiß-Level? Ja klar, es muss mich natürlich treffen. Ja, dieses blöde Augenvieh wieder. Scheiß Säure. Okay, da wissen wir jetzt wie es geht. Warte mal hier, habe ich doch hier bekommen, genau. Was ist denn eigentlich oben? Naja, jetzt setze ich doch mal lieber einen Safe-State. Sorry, ey. Gerade das geht mir auf den Sack mit dem Safe-State. Ja, gut. Hä? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Hä? Hä? Ich verstehe das nicht. Hä? Habe ich vielleicht einen Emulator-Bug oder sowas? Ne, ich kann da hoch, okay. Und Boss! Komm her, du Sau! Wow! Na gut, ich habe den Bumerang hier. Wow! Komm her, du Sau! So! Yes! Ja, Mann! Geschafft's! Oh, mein Gott! Das war ein Level, ey! Mal kurz die Aufnahme wählen, bis gleich. Mal kurz drücken. Vielen Dank.